Guten Morgen Leute! Willkommen mit diesem Ausblick von diesem wunderschönen Platz hier am See. Die Koordinaten blende ich jetzt gleich ein und los geht's mit heute. Die Koordinaten blende ich jetzt noch mit dem Hübscheefe에도 fach, bis heute die Koordinaten wir jetzt noch mal von den Böden aus dem Mund zu verbinden. Es gibt sozusagen die Koordinaten. Die Koordinaten sind die Koordinaten aus dem Mund zu be happens und mit die Koordinaten. Das ist das genau wie das alle Gäste, die Koordinaten manchen einen Körner hat. Es gibt natürlich auch diese Koordinaten. Und das ist ein Betty Körner, wird das Kompressen. Ich denke, das ist ein Ding in ihrem Körner, ich denke, das ist ein Ding in diesem Church. Und das ist ein Ding in dem Bible. Ich denke, das ist ein Ding in dem Moment. Aber ich denke, das ist ein Ding in dem Moment. Und das ist ein Ding in dem Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Leute, den Spaziergang im See haben wir jetzt hinter uns. Jetzt geht es weiter in Richtung vom Naturschutzgebiet. Es ist circa eine Stunde Fahrt von hier jetzt noch entfernt. Dann legen wir mal los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 weil es einfach so schön ist und da haben sie gerade die Räder runtergetan. Da vorne geht es zu diesem großen See und da fahren wir jetzt mal hin. Das ist jetzt da. Und da war wir jetzt noch ein See. Ja Leute, sagen wir mal so, los geht's. Aber ich fährt da hinten schön brav. Perfekt. Wir haben da vorne, also wir haben gerade ein Aussichtsturm entdeckt. Schaut mal da vorne. Und dann werden wir uns jetzt anschauen. Jawohl, da ist ein kleiner Teich. Da ist ein Strömkästchen. Da ist dieser Aussichtspunkt. Vielleicht traue ich mich diesmal ja auch ganz rauf. Schau mal, so hoch ist er nicht. Ich fahre mal, ob ich jetzt hohe Sprüche klopfe und dann Schwanz entziehe. Oder ob ich mich traue ganz rauf zu gehen. Schau mal. Ja, 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 ja. Jetzt gehen wir nach rauf, komm. Ja, da vorne sieht man schon den See. Können Sie das sehen? Schon der See da vorne. Von oben geht Wind. Und, Leute. Das hört schon wie. Das war ein rechte Bild. Okay. So ist dieser Teich von vorher. Schaut euch das an, ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben, Leute. Ah, krass. Das ist er. Das ist der See. Und das ist Naturschutzgebiet. Das ist der singende Ausrüststurm. Der singende Ausrüststurm. Genau. Und eben dadurch, dass der Wind sehr dicht geht, schwingen. Und es klingt wie Musik. Es klingt, als würde ein Musikinstrument gespielt werden. Ja, bestimmt. Ja, wir sind ganz oben. Seht ihr das? Ja. Ganz oben. Diesmal hat sich auch mal Flo ganz bis oben getraut. Das ist so, ich weiß nicht. Ja, das ist so. Das ist so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020